Hallo Leute, am 27. Juni ist Weltduft-Tag. Daher dieser Witz. Viel Spaß! Eine Oma steigt in Karstadt im Erdgeschoss in den Aufzug. Im ersten Stock steigt eine total aufgedonnerte Frau ein und zieht eine riesen Parfümwolke hinter sich her. Sie schaut herablassend auf die Oma und meint, Chanel Nummer 5, 50ml, 100€. Im zweiten Stock steigt eine noch mehr aufgedonnerte Frau ein und zieht ebenfalls eine noch größere Parfümwolke hinter sich her und meint noch herablassender, Gott, hier 50ml, 250€. Im vierten Stock will die Oma aussteigen, sie lässt einen fahren und sagt ganz cool beim Aussteigen, Rosenkohl vom Aldi, 200g, 75€. Die hat's drauf, die Omi. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!